Frank Unbach ist bei mir Experte für Energie und Ressourcensicherheit. Ich grüße Sie ganz herzlich. Das Thema bleibt uns erhalten. Ich will es mal mit einem Zitat garnieren von Kanzler Scholz, der sagt, er wirft Putin die Taktik der verbrannten Erde vor. Wenn wir jetzt noch diese Beschüsse der Energieanlagen, der gesamten Energieerzeugung uns angucken, ist das jetzt tatsächlich so, dass dann Putin das Land damit in die Knie zwingen will und vielleicht den Krieg gewinnt? Ob er den Krieg gewinnt, das bleibt außen vor im Moment. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Aber tatsächlich ist das eine neue Schwelle, eine neue Stufe. Auch der Eskalation der russischen Kriegführung hat natürlich auch mit den Rückschritten in der Kriegführung selbst zu tun. Es hat mit der Innenpolitik zu tun, wo Putin ja massiv unter Druck steht, der Nationalisten und Hardliner, die vor Monaten bereits Putin aufgefordert haben, sogar den Westen den Krieg zu erklären. Und insoweit versucht er mit dieser Kriegführung natürlich auch so ein bisschen von dieser ganzen Malaise abzulenken innenpolitisch. Aber es ist eine Eskalation und die muss man eben auch sehr ernst nehmen. Wir sehen, welche großen Schwierigkeiten die Ukraine hat. Und wir sind ja jetzt von der Jahreszeit, gehen wir in den Winter über. Und das wird natürlich für die Ukraine eine ganz, ganz kritische Jahreszeit, gerade auch für die Bevölkerung. Vielleicht weniger für die Kriegführung, die wird irgendwann einfrieren. Aber diese Art von Kriegführung richtet sich wie alles gegen den politischen Überlebenswillen der Ukraine. Ja, Gas, Elektrizität, also Strom, ganz wichtig, auch im Krieg. Und dann noch diese Atomkraftwerke, die da quasi als Riesengefahr in der Landschaft stehen. An sich hat Putin zu viel in der Hand? Ja, aber es zeigt zumindest, dass wir ihn nie unterschätzen dürfen. Er zeigt auch immer wieder, dass er willens ist, weiter und stärker zu eskalieren. Etwas, was wir meistens so dann zunächst mal gar nicht auf dem Radarscharme haben. Aber diese Art von Kriegführung ist nicht wirklich neu. Wir haben sie am Anfang des Krieges auch erlebt. Das war aber nur gegen vereinzelte Ziele. Aber das geht zurück auf eine Rede des Generalstabschefs Gerasimov in 2013. Das hat man dann auch Gerasimov-Doktrinen genannt. Der war sozusagen mehr oder weniger der Erfinder dieser hybriden Kriegführung. Und da war dieser Krieg gegen eben die Energieinfrastrukturen schon immer im Fokus. Und man muss auch noch mal daran erinnern, 2015, damals hat Russland als erstes Land weltweit in der Historie die Energieinfrastrukturen der Ukraine bereits angegriffen. Damals hat man versucht, die Stromversorgung von 300.000 Menschen eben lahmzulegen. Und das war ein Signal sowohl an die Ukraine wie aber eben auch an den Westen, dass Russland auch in der Lage ist, eine Kriegführung, Cyberangriffe gegen die Stromversorgung auch im Westen zu führen. Ja, da Sie es gerade ansprechen, wir wissen ja noch nicht, das ist noch nicht bestätigt, wer hat nun diese Pipelines gesprengt? Und wer ist vielleicht auch für diesen Blackout, zumindest Funk-Blackout bei der Deutschen Bahn verantwortlich gewesen? Und wer weiß, was noch alles irgendwie passiert? Was lauert da für Sie im Hintergrund? Ich habe ja seit Monaten gewarnt, wir hatten am Anfang des Krieges schon immer dieses Szenario gehabt, als die Sanktionen verhängt wurden, dass der Westen damit rechnen muss, dass es eben auch Cyberangriffe auf die Stromversorgung gibt. Und da Putin das jetzt offensichtlich eskaliert hat in der Ukraine, möglicherweise auch durch die Sabotage-Angriffe, auch das mit einem politischen Signal, hey, wir, Russland ist bereit zu einer Eskalation, seid ihr es wirklich? Wir sind es nicht. Wir sind es in Wirklichkeit nicht. Also wir schauen mehr oder weniger weg, so wie wir die ganzen Jahre das ganze Thema schutzkritischer Infrastrukturen zwar schon adressiert haben auf der Experten-Ebene, aber es hat nie die gebührende Aufmerksamkeit bekommen von Politik und Wirtschaft, weil es am Ende natürlich auch bedeutet hätte, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, auf Seiten der Wirtschaft wie auf Seiten der Politik, um unsere kritischen Infrastrukturen sicherer und resilienter zu machen. Ja, da muss ja Herr Putin bei uns nur die Nachrichten hören, die kann er ganz gut verstehen und dann weiß er, was er anzugreifen hat. Und wir haben ja jetzt gelernt aus der Abhängigkeit, der Gasabhängigkeit zum Beispiel von Russland, dass wir uns da anders aufstellen sollten. Und wir haben ja auch schon heraufbeschworen, dass wir es mit China anders machen sollten. Ich danke für den Moment, fürs Gespräch. Wir reden gleich weiter. Das Thema wird nämlich noch etwas verrückter. Die Chinesen wollen nämlich mal wieder in Deutschland einkaufen. Diesmal geht es um den Hamburger Hafen. Und da steht Ärger ins Haus, als hätten wir irgendwie noch nichts gelernt. Denn obwohl alle Fachministerien den Einstieg von Chinesen beim Hamburger Hafen ablehnen, will ihnen das Kanzleramt nach Presseinformation offenbar irgendwie ermöglichen. Frank Umbach, erste Frage. Ist dieser Hamburger Hafen, der größte deutsche Hafen, kritische Infrastruktur oder nicht? Eindeutig. Auch kleinere Häfen in Deutschland gehören zu den kritischen Infrastrukturen. Und es macht mich besorgt, dass hier lokale wirtschaftliche Interessen über die gesamtstrategischen Interessen Deutschlands, aber auch Europas gestellt werden. Wir müssen sehen, dass China schon 14 Häfen in Europa kontrolliert. Das begann mit Piraeus. Und das war Teil dieser Seitenstraßenkonzeption. Und dahinter steht eben auch eine Politik der Kontrolle, der strategischen Kontrolle von den wichtigsten Hightech-Technologie-Lieferketten und Wertschöpfungsketten. Und dazu gehören am Ende auch die strategischen Häfen in Europa. Nun ist ja nicht so, dass nicht manche Leute schon vorher gewarnt hätten. Zum Beispiel die Sicherheitsdienste Deutschlands haben gesagt, Achtung, wenn China hier loslegt und wieder was kaufen will, das sollten wir verhindern. Das wird geflissentlich überhört. Oder sind wir noch nicht bewusst genug dran? Also es gibt schon ein größeres Bewusstsein. Also wenn Sie die Industrieverbände nehmen, beispielsweise der BDI, auch der Metallverband, die waren schon auch seit zwei, drei Jahren ganz ähnlich, dass wir nicht naiv sein dürfen. Ja, aber diese Naivität, Entschuldigung, wir wollen doch gerne unsere Autos verkaufen, die Metaller. Genau. Und da beginnt das Problem. Wie gesagt, die Industrieverbände haben das ganz klar artikuliert. Aber wenn Sie sich dann die einzelnen Firmen anschauen, wie BASF, wie VW etc., die folgen nach wie vor dieser kurzsichtigen Politik, obwohl Xi Jinping schon im letzten Jahr, das hat er jetzt auf dem Parteitag nochmal wiederholt, ganz klar formuliert hat, wir Chinesen müssen unabhängig von den Weltmarkten werden. Wir müssen aber gleichzeitig dazu sozusagen alles unternehmen, damit der Rest der Welt von uns abhängiger wird. Ja, genau. Und die Botschaft wird nach wie vor offenbar nicht verstanden. Vielleicht hätten wir es bei Putin machen sollen früher zuhören, jetzt bei Xi Jinping anfangen zuzuhören. Aber bei all dem, was tut der Bundeskanzler da? Ich fürchte, dass er möglicherweise in einem Wort steht, dass er möglicherweise China oder Costco bereits noch als Bürgermeister gegeben hat und fühlt sich da vielleicht auch persönlich verpflichtet und will vielleicht auch seiner Stadt helfen. Aber am Ende stellt er damit lokale ökonomische Interessen über die gesamten strategischen, auch langfristigen geopolitischen Interessen Deutschlands und Europas. Und das geht überhaupt nicht. Kurz noch, das gibt Probleme? Es wird auch Probleme in der Ampelkoalition gehen. Das Außenbild auch auf die Regierung ist da natürlich katastrophal und spielt in dem Fall natürlich China auch in die Hände. Frank Umbach, ich danke Ihnen ganz herzlich. Bitte schön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020